Erni, der Verteidiger, ganz zuvorderst. Der versucht die Toten durcheinander zu werden und das gelingt es hier. Fassweise, Riesentor! Riesentor von Samuel Erni! Unglaubliches Tor von Samuel Erni. Ja, wenn er trifft, dann für die Highlight Show. Absolut unfassbares Tor von Samuel Erni. Alle haben sie ein Lachen im Gesicht, ausser natürlich Joao Mezoa. Airhook in Perfektion. Da haben sie gecycled. Kloten sah nichts von der Scheibe. Und dann schaut sie sich das an. Wow. Es spielt der 13. gegen den 10. und wir staunen. Alle schütteln sie entgeistert den Kopf. Samuel Erni. Ja, er ist eigentlich nicht als Fabeltechniker bekannt. Nichts, dass er da... ... ...